80 Prozent der Geburten laufen bei uns im Kuhstall so ab, dass ich gar nicht helfen muss. Aber heute gibt es eine Komplikation. Die Problematik dabei ist, wenn diese Geburt jetzt zu lange dauert, irgendwann reißt dann die Nabelschnur. Und dann muss es ganz schnell gehen, denn wenn die Nabelschnur reißt, fängt das Kalb an zu atmen. Und wenn das Kalb dann noch im Mutterleib sich befindet, könnt ihr euch vorstellen, was passiert. Es kann ersticken. Jetzt haben wir gleich den kritischen Punkt erreicht. Noch einmal drücken. Und jetzt muss es schnell gehen, aus besagten Gründen. So, als nächstes kommt eine kalte Dusche. Dann habe ich hier ein Spray, ein Nasenspray. Ah, habt ihr gesehen? Und jetzt werde ich schnell die Kuh losmachen. Die Kuh leckt das Kalb ab. Mit Happy End verabschiede ich mich wieder für heute. Bis zum nächsten Mal.